Wir testen jetzt typische Kombinationen von Schwangeren und ich fange jetzt mal an und beurteile das jetzt als Schwangere. Also Pommes mit Eis habe ich probiert und es ist wirklich ganz okay. Es schmeckt wie Eis mit Salz. Dann habe ich Chick-McNuggets mit Eis probiert und ich muss leider sagen, Fleisch und Eis ist nicht so eine geile Kombi, fand ich jetzt nicht so lecker. Naja, dann habe ich das nächste probiert, Honig mit Käse, habe es dann so eingerollt und habe dann auch direkt reingebissen und ich fand es ganz okay, aber es ist nicht so mein Highlight. Ich habe es natürlich trotzdem aufgegessen. Dann haben wir Schokocreme mit der Essigurke gemacht und ja, das ist ja wirklich so eine krass typische Kombi und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz lecker. Also irgendwie stimmt das ja. Dann habe ich noch Senf geholt und mit Lebkuchen probiert und davor hatte ich richtig Angst, das zu probieren. Habe aber dann reingebissen und nein, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt.